Auf der Wirtschaftsmesse Trend 2011 in Weidhoven an der Theia präsentierten sich über 65 heimische Aussteller. Die Themen Bauen, Wohnen und Auto, aber auch Schmuck, Elektro-Hifi und Nischenprodukte waren vertreten. Also es gibt wieder sehr viel Neues zu sehen. Wir haben jetzt im Prinzip wieder circa 10 bis 12 neue Aussteller gefunden und haben eigentlich wirklich die neuesten, modischsten und innovativsten Sachen auf der Messe präsent und werden versuchen auch das dem Publikum nahe zu bringen und eben das einfach sehr gut präsentieren. Also die Trendmesse gibt es seit 24 Jahren und wir haben ein Konzept, das sich auch im Waldviertel, wo nicht alle Messen so konstant über lange Zeit durchgehalten haben, in unserer Weise und in unserer Ort und Weise durchgezogen und haben auch dementsprechend Erfolg gehabt und ist nach wie vor, unsere Devise ist, immer die neuesten, innovativsten Sachen zu präsentieren. Herzlich Willkommen bei unserer Modenschau im Rahmen der Trend zu sehen. Wir möchten Ihnen die neuesten Trends von Intersport-Ruby, Optik Dangil, Firma Endres Palmas, dem Schuhhaus Schimmel, Triseur Silvia und Ulrike Ramharter-Moden präsentieren. kartier-Moden präsentieren, Untertitelung des ZDF für funk, 2017